Hallo und herzlich willkommen zu The New Fallout 9 3. Hier ist Steven mit Duke Nukem Forever Part 7 ist es schon. Und ja, wir spielen hier jetzt die Mission Vegas in Trümmern. Die Aliens schaffen unsere Frauen zum Duke-Dom, um sich an uns hier zu rächen und das müssen wir natürlich verhindern. So, und jetzt geht's weiter mit der Action, hoffentlich. Bis jetzt haben wir noch ein schwarzes Bild. Ah, na also. Duke, verdammt gut dich zu sehen. Ich wusste doch, dass dieser Ruhestands-Bullshit nur Bullshit war. Scheiß auf den Bullshit. Ich komm grad aus dem Urlaub. Musste dem Freund helfen, seine Frau zu finden. Mann, was für eine Mämme. Graves will, dass ich dir helfe, diese Hurensinne aufzumischen. Genau wie damals. Ganz kaum erwarten, sie in den Acht zu treten. Huah. Yeah. Sehe ich ganz genauso. Okay. Und jetzt? Wo gehen wir lang? Hallo? Oh, was haben wir denn hier? Duke, wir haben deine grüne Power-Armor. Heißt das bereit für dich. Power-Armor ist was für ein Weicher hier. Ach so, äh, willst du dann vielleicht lieber eine Schutzwaffe? Ne, ich glaub, ich nehm den Ripper hier. Okay, wo gehen wir denn jetzt lang? Oh, was ist denn da? Beeilung, verkehrt! Oh, die Position. Grüßt. Kommt da wer? Hallo? Au! Das sind aber unsere. Na gut, gucken wir mal. Ach, da sind wir die kleine. Ach, hier. Hier ist es jetzt. Hallo? Ich will es anstiegeln. Autokassung. Wo sind sie denn? Hallo, die beiden. Ja. Und hier ist 10人. Mas, wir wollen es? So, wir sind schon wieder zu einem. Wer nimmt auch da hin? Na wo will ich den Kettchen? So, wir sind noch da hin. Woi, 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 woi! Ah, fuck! Ah! Mann! Scheiß Schwein, ey! War's das? Was ist das denn? Das sieht aber sehr lustig aus. Komm mal runter! Sehr schön. Ja, dann mal weiter, wa? Huh, ja, das ist anstrengend, ich weiß, Duke. Hey! Komm, zeig mir! Ja! Alter! Was soll das denn? Kurz die Zwiego-Leiste, so. Mein Gott! Was? Noch wer? Was? Wo das denn? Voll ist gut, alles, alles schön. Ah! Wie schießt denn das? Ah! Ich hab' nicht als letztes zu töten, war das gelungen. Was macht er nicht? Der muss Grace über die Scheiße wieder nicht erstatten. Du rückst vor und nimmst Father Jenkins mit. Er ist außer mir der Einzige, der bescheuert genug ist, mit dir mitzugehen. Jawohl, Sir, zu Befehl, Sir! Es ist mir eine Ehre, Duke Nukem begleiten zu dürfen. Sir, gehen wir! Ja! Jo, nicht so nah ran! Wir wollen doch nicht, dass dein geschleckter Bürstenschnitt noch staubig wird! Dann war nicht so vorlaut, Junge! Okay! Schön die Treppe hoch! Ja, ja, ich... Ich pass schon auf! Wo denn? Okay! Au! Gut! Den hat's erwischt! Woi! Was soll das denn? Jetzt sollen wir hier runter, oder wie? Okay! Ah! Das ist aber ein schönes Auto! Hör, hier ist doch was über mir! Ah! Du nix! Ah! Was war das denn? Ist das Auto explodiert? Sowas aber auch! Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet! Na, was soll's! Haha! Sehr gut! Das Auto ist in die Luft geflogen anscheinend! Ja! Von mir aus können wir jetzt gerne weitermachen! Ich bin mal gespannt, von wo ich überhaupt jetzt wieder... Ja, da weitermachen soll! Ähm... Ja, das ist... Das nervt ein klein wenig! Und die Ladezeiten, die sind schon ein bisschen... Bisschen hoch, muss ich ganz ehrlich sagen! Dafür, dass das Spiel jetzt halt nicht so die Mega-Grafik hat und so, ist das doch schon... Relativ... Heftig! Ach, okay! Okay, da ist ja auch... Ja... Oha! Der war's! Der war... Nein! Ich schmeiß den nicht besser! Oh nein! Hier schon wieder rein! Aber wo sind sie? Ey! Ah! Wo sind wir, wo? Der ist blank! Was macht der denn da oben? Das war ja mal ein sehr geiler Bug! Ich mach dich fertig! Oh! Das schöne Auto! Was ist das denn? Ach so der Laser! Ah! Okay! Gut, wir haben da keine Muni mehr, denn nehmen wir mal den Laser mit uns nicht anders übrig! Okay! Oh, hier ist was blutig! Kann ich hier irgendwas mit machen? Ja! Ja! Mehr Material! Mehr Wunder! Na, warum nicht? Wenn wir jetzt eh schon was haben, ne? Es ist ja wie Weihnachten! Oh ja! Weihnachten ist schön! Ah! Hey! Hey! Scheiße! Scheiße! Warum geht das halt nicht? Hey! Das war doch scheiße! Das hat nicht geschossen! Hm! Das Ding hat irgendwie nicht geschossen! War jetzt nicht ganz so super! Na egal! Oh! So ein Ärgernis aber auch! Wahrscheinlich hätte ich einfach länger drücken müssen oder so! Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so lange zum Schießen braucht! Aber was soll's! Na komm! Na komm! Ich habe nicht mal zu viel Zeit! So, jetzt! Wo starten wir? Bitte nicht nochmal beim pinken Auto! Fuck! Oh, der schmeißt wieder! Ich habe mich nicht getroffen! Ich habe mich selber auch noch umgebracht! Oh! Es klingelt das Telefon! Ich habe mir doch gedacht, irgendwas habe ich vergessen! Oh! Halt! Ah! Hallo meine Freunde! Mann! Der nervt mich aber ganz schön! Mann! Ruhe jetzt! Oh! Dann braucht man auch wieder Munition! Das ist ja... Echt! Unverschämtheit! Ah! Ah! Dumm Schweinebrach! Ah! Ah! Nur ist aber gut hier! Der Duke sagt Nein! Komm noch an. Ey, stehst du da oben drauf? Wer will zuerst? Und du auch. Ciao. Hahaha. Ach, wie schön. So. Das können wir mal in die Luft sprengen. Ne? RPG. Nehmen wir mal mit. Kann man bestimmt gut gebrauchen. Ähm, aber, ja. Dann mal rein da. Zeit ist ja noch. Das, Munition. Ah, hey, wie geht's? Willkommen beim Massaker. Schön, dass du Zeit hast. Ja, kein Problem. Jux, die Straße ist der Marsch. Wir müssen wohl durch den Abwasserkanal, um zum Duke-Dome zu kommen. Okay. Ja, wovon. Keinige Scheiße, fein dem Abmarsch. Wo denn? Schneid die Dildos um, Leute. Krass, ich schneid die Dildos um. Schneid jetzt die Dildos um. Geh weg. Dildos. Tschüss. Ähm, wo kommt ihr denn jetzt? Hey, nicht auf mich schießen. Ach, da ist auch noch einer. So, und jetzt? Noch mehr. Au, 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 au. Die Bette. Ey! Das wollte ich doch. Schön! Ja, alles sauber! Weißt du, ich hör da was. Wow! Ach du Heilige! Ah! Ah! Wow! Halt, hey, halt, halt, halt! Was war das denn? Meine Fresse. Das war ja jetzt nicht ganz so schön. Ähm. Alter. Da kommt da auf einmal so ein Viech aus der Erde und ich hänge da irgendwie zwischen. Mein Gott. Ja, ich bin bereit. Jetzt mach ich das Viech fertig. Na komm! Ich bin jetzt so oft jetzt schon in diesem Part gestorben. Das ärgert mich schon richtig. Oh, Mann. Okay. Okay, okay. Hallo? Ähm. Nein. Nein, ich will nicht. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Ah! Wow! Was zum... Was, 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 was? Ich brauch Muni. Boah! Meine Güte, was geht denn hier ab? Da ist Muni. Uah! Alter! Gibt's hier noch mehr Muni zufällig? Wo? Wo? Wo kommt es denn? Oh! Das kippt ja Vollgas! Au! 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 Ich brauch nicht mehr Muni! Na also! Oh! Oh! Nein! Nein! Nein, nein! Ah! Wo ist es denn? Wo ist es? Boah! Mann! Das ließ mir aber ganz schön offen her. Weiß. Ich brauch Leben, äh, Munition und Leben und... Ah! Nein! Ah! Fuck! Oh! Oh! Muss ich irgendwas tun? Oh! Der, da, da! Es blinkt! Klettern! Und jetzt? Jetzt reißen wir ihm die Hörner aus dem Kopf! So ist es fein! Ah! Wir haben das Auge eingetreten! Und er niedrigen! Aua! Genau! Oh! Genau in die Kunde! Ich glaub der ist platt! Das wär ich aber nach der Aktion auch! So! Schön! Und damit beende ich diesen Part! Gebt einen Daumen nach oben, wenn's euch gefallen hat! Macht's gut! Ciao! 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 Ciao!